Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in YouTube bei eurem MH26905 zu Let's Play Eurotalk Simulator 2 mit eurem MH26905. Es geht nach Napoli mit 25 Tonnen Diesel im Gepäck und wir haben noch knappe 260 Kilometer zu fahren und dafür haben wir noch gute 4 Stunden Zeit. Wir sind mit unserem Volvo unterwegs und fahren jetzt hier auf der Autobahn schön gemütlich nach Napoli. Unser Sprit reicht noch ca. für 880 Kilometer, das heißt wir müssen nicht tanken. Wir können hier gemütlich fahren nach Napoli und haben dann wie gesagt 25 Liter Diesel dort sicher angebracht mit 2% Schaden leider, aber was will man machen? Auf dem Weg nach Napoli haben wir natürlich eine Atomkraftwerk gesehen. Heute bin ich natürlich alleine. Wir müssen weiter geradeaus, das heißt wir müssen die Spur wechseln. 240 Kilometer 240 Kilometer Ist nicht viel Was steht da? Lazio Lazio Rom Das ist ein Fußballverein, glaube ich. So. AlsoANT about erst mal maut bezahlt weiter geht es 110 dürfen wir fahren wir beschleunigen einfach mal durch auf 90 kmh es sind aber auch wirklich spritsparend dorthin gefahren wirklich spritsparend nein 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 ach fuck jetzt haben wir noch drei prozent schaden scheiße hier geht es nach roma auf die autobahn 40 dürfen wir fahren ich beschleunige es einfach mal weiter also beinahe gekippt ja schöner schöne umgebung hier texturen sind halt schwul irgendwie hier gerade also die texturen hier sind nicht schön da gibt es schönere die die entwickler gemacht haben wieso die jetzt hier so hässlich sind fragt mich nicht ich habe die map nicht gemacht wir sollen 80 fahren weil der vorne an der ampel ist wo ist er an der ampel alter ach da ok die tankstelle brauchen wir nicht immer noch 743 kg mit dem tank passt perfekt erster aufenthalt in lazio erster aufenthalt in lazio ok die cuti dash ist mal wieder am stüssel fahr schneller fahr schneller fahr schneller fahr schneller einfach rüberfahren ist nicht du arschloch alter was habe ich denn jetzt bezahlt aber bestimmt mein credit alter wie lang ist ein lazio oder wie groß ist denn das was steht da attenzione baustelle hier dürfen wir noch 40 fahren oder konnte ich leider nicht mehr bremsen sorry was sagt die cuti dash jetzt hier mitten in der aufnahme fahr schneller fahr schneller fahr schneller so ja wir sind doch gleich da denke ich mal ach 35 km ach 35 km das schauen wir mal ja was steht hier kampagne 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 alles klar links werden schöne neue häuser gebaut links werden schöne neue häuser gebaut auf kampagne n j also hier über j s sch wir w g w wir Da könnte ich eigentlich auch tanken. Alter, ist das eng. Wo fahrst du zum Himmelswillen hin, Alter? Ja, Chris, okay. So, 1419 Kilometer gefahren, 27 Stunden und 20 Minuten gebraucht, 569,0 Liter verbraucht und 55.603 Euro dazugewonnen und 2100 EP gewonnen. Dann fortfahren. Jetzt wollte ich gerade mal bei der Banko. Okay, 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 okay. Okay, wir wollen natürlich hier neue Auffussteile. Äh, das. Erstmal ein Schild umgebügelt. Jo, wahrscheinlich, oder? Nein, 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 nein. So, jetzt geht's. Niedriger Tankfüllstand, labernet. Wir haben noch über 200 Liter, oh, WTF, ich bin wieder viel, 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 viel zu schnell unterwegs, das kann nicht gut gehen. Guckt euch links den Vulkan an. Gib Guts! Ach, willst du mich verarschen, ey? Sie werden müde, blubbernet. Gib Gas, komm. Guck. 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 So, Aufrüstung? Ne, da wollen wir gar nicht hin Wir wollen auf Reparatur Ah, komm, wir gucken mal bei der Wart Ne, Reparatur wollen wir nicht Lackierer wollen wir auch nicht Wir gucken mal bei Aufrüstung Oh, ich würde ja gerne das Führer aushaben, Alter Führer Da bin ich auch wieder gut dabei, Alter Brauche ich, das ist die Frage Das hat er ja M IK Das brauchen wir auch nicht Das brauchen wir auch nicht Das haben wir schon das Beste Trittparrette Original Lassen wir die Original Ja, wir lassen die Original Verchromte Türgriffe Hauptspiegel Das bleibt Können eigentlich auch so eine Hutze dahin machen Sting Ah, komm, das brauchen wir nicht Bestellen Jo, ich weiß, dass ich jetzt müde bin Und wir schlafen jetzt eine Runde Äh Äh Wieso? Hallo, zu Teufel. Hat der dieses Ding da weggemacht? Ach, ich bin doch ein Mongol. Äh, das. Dann das. 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 Das können wir lösen. Bestellen. Wieso er das jetzt weggemacht hat, weiß ich auch nicht. So, wir klappern jetzt noch die Fragezeichen ab. Okay. Komm. Danke schön. Was gibt's denn hier eigentlich noch zu erkunden? Okay. F5. F5. Auftragsangebot. Frachtmarkt. Also, ich finde es ein bisschen scheiße, dass man weiter runter scrollen kann. Okay. Okay. So, dann nehmen wir halt hier einen Auftrag an. Nach Griechenland. Nach Griechenland. Okay. 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 继 rhythms... Okay. Okay. So So Aber bevor es weitergeht Würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Part wieder Macht's gut bis dahin Ciao Leute